So, jeder kennt doch das Problem, dass diese Bänder mit der Zeit nicht mehr schön aussehen. Jetzt kann man sich natürlich hinsetzen und das ganze polieren. Ich habe eine einfache Erlösung. Die Uhr mit zwei Schwäschlingstäben fixiert und hier Gebissreiniger. Und die machen das Band wieder richtig schön sauber. So, eine halbe Stunde später. Sieht schon mal gut aus. Sogebeweise wassersicht, meine Ohren. Das Teil sieht aus wie neu, das Ohrenband. Also, kurzer Quick-Tipp mit Gebissreiniger und Ohrenband-Säuber. So, laden Neue. Sogebeweise 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 Sogebefrist